Die Stadtschule in Schwarzenberg ist bekannt für ihre hervorragende Bildungsarbeit, ihre modernen Lernbedingungen und ein breites Leistungsportfolio. Eine Schule, an der man sich gemeinsam auf den Weg macht. Wie dieser Weg aussieht und wem ihr dabei alles begegnen könnt, das wollen wir euch jetzt zeigen. Glück auf, mein Name ist Hannes und herzlich willkommen an unserer Stadtschule Schwarzenberg. Auch ein herzliches Glück auf von mir, ich bin der Moritz und ja, ihr seht hier unsere Stadtschule Schwarzenberg. Wollte ich mal sagen, wir gehen mal rein, oder? In Schwarzenberg schaut man zuerst einmal, was jedes einzelne Kind mitbringt. Welche Talente und Stärken sich hinter jedem neuen Kind verbergen. Auch besondere Förderbedarfe werden aufgegriffen und mit viel Geduld zielführend bearbeitet. Hier steht man mit Rat und Tat zur Seite und pflegt einen ganz besonders vertrauensvollen Umgang. So, da sind wir angekommen in unserem Informatikkabinett. Jetzt haben wir gerade unseren Infolehrern Herr Reichert dabei, ob ich wie er solitär spielt. Und das spielt natürlich auf unseren sehr tollen Whiteboards, die wir in einer Vielzahl an unserer Schule haben und die natürlich für den Unterricht eine riesengroße Erleichterung sind. Es ist zu spüren, dass die Lehrerschaft engagiert ist und für die Arbeit an dieser Schule brennt. Außerdem ist nicht zu übersehen, dass das Miteinander von Toleranz und gegenseitiger Achtung geprägt ist. Begabungen werden konsequent gefördert, sei es im Sport, in der Kunst, der Musik oder in den naturwissenschaftlichen Fächern. Das zeigen die Erfolge auf unterschiedlichen Gebieten bei schulübergreifenden Wettbewerben. Das ist unsere Schulmannschaft im Bereich Volleyball. Wir sind jeweils zweimal Regionalmeister und zweimal ins Landessinale für Sachsen gekommen. In Schwarzenberg schreibt man Persönlichkeitsentwicklung groß. Neben den schulischen Leistungen gehört dazu auch die Entwicklung wichtiger Kompetenzbereiche für das spätere Berufsleben. So legt man hier großen Wert auf Sozial- und Selbstkompetenz, richtet im Unterricht den Fokus immer wieder auf anwendungsorientiertes Lernen und unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der individuellen Berufswegeplanung. So stehen ein Praxisberater für die ganz individuelle berufliche Orientierung und eine Schulsozialarbeiterin bereit, um bestmöglich zu unterstützen und den Erfahrungshorizont der Kinder zu erweitern. If I could go, go into my heart and search for all the places I love to spark, to find a way, way back to the olden days before it started falling apart. And I find it waiting in the corner, somewhere in the dark. If I could go, go to where it all began, yes I will take him back to the start, back to the start. Ganz herzlichen Dank dafür, das waren Luisa und Chantal. Eines wird an dieser Schule deutlich, nämlich, dass man tatsächlich gemeinsam auf dem Weg ist, dass man miteinander, aber auch voneinander lernt. Deshalb laden wir euch und eure Eltern recht herzlich ein, euch ein eigenes Bild von uns zu machen. Besucht uns und stellt fest, dass wir gut zu erreichen sind und so manches bei uns besonders ist. So, das war's auch schon mit unserer Tour. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Festzuhalten bleibt, dass unsere Schule familiär, tolerant, vertrauensvoll und zukunftsorientiert ist. Wir hoffen natürlich, dass wir euer Interesse wecken konnten und wir hoffen, wir sehen euch nächstes Jahr hier. Macht euch mit uns gemeinsam auf dem Weg. Ib approach- olmay Chuck Brazil das war's tous Ich überprüfung Ich überprüfung Andru Ich überprüfung Ich überprüfung Ich überprüfung